Achtung! Aloha! Willkommen zu Tag 19! Mehr Freude am Leben in 30 Tagen und heute ist ein Tag, der euch besonders gut gefallen wird. In den letzten Tagen haben wir irgendwie immer nur fast nur auf uns geachtet. Wir haben schon positive Gedanken an andere Leute geschickt, aber im Großen und Ganzen haben wir immer nur geguckt, wie geil wird unser Leben, wie toll wird unser Leben, wie abgefahren wird unser Leben. Und heute werdet ihr merken, dass wenn ihr euer Leben nach vorne bringt, das nicht nur für euch gut ist. Setzt euch hin, sucht zwei, drei Leute, die ihr im Leben so richtig gerne habt und dann überlegt mal, welchen positiven Einfluss ihr haben werdet, wenn ihr euer Leben so gestaltet, wie ihr euch das vorstellt. Das Leben, was ihr euch vorstellt, ist für euch super, doch wird auch eine positive Auswirkung auf andere Leute, die in eurem Leben sind, auf jeden Fall haben. Das ist so. Und deswegen setzt euch heute einfach mal hin. Denkt nur an zwei, drei Leute. Wir wollen auch nicht zuwehr werden. Zwei, drei Leute. Und dann werdet ihr sehen, wie deren Leben einfach auch viel, 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 viel besser wird. Dadurch, dass ihr euch in eurem Leben verbessert, dadurch, dass ihr euren Träumen zuhört, dass ihr Aloha in euer Herz nehmt und nach vorne stürmt und es angeht, euer Leben so richtig schön zu gestalten. Also heute, guckt euch an, wie eure Träume, welche positiven Auswirkungen euer Tun und Machen auf die Leute habt, die ihr gerne habt, wenn ihr euer Leben so gestaltet, wie ihr euch das vorstellt. Ich wünsche euch einen genialen Tag heute. Habt viel Spaß an dieser Übung. Habt viel Spaß an dem Alltag. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Tag bei Achtung! Aloha! Mehr Freude am Leben in 30 Tagen. Ahui ho! 四, drei! Vizepro! Untertitelung des ZDF, 2020